Ja, guten Morgen zusammen! Wir sind heute in Olden angekommen und es sieht doch wieder wunderschön aus. Da drüben warten schon unsere Busse, von dem her, ja. Heute begleitet ihr mich oder uns auf eine Busfahrt und zwar geht es als erstes zu einem Gletscher. Ich lasse mich echt überraschen, ob das hier vielleicht ähnlich ist wie an anderen Orten, wo der Gletscher ins Meer endet. Ich lasse mich echt richtig überraschen. Danach sind wir in einem Museum für Gletscher, so wie ich das gesehen habe. Es gibt ein Filmchen dazu dann vor Ort und wir essen zusammen ein typisches norwegisches Mittagessen angeblich. Dann schauen wir noch ein oder zwei Dörfer an. Also ich lasse mich echt ein bisschen überraschen. Ich freue mich schon mal wieder riesig darauf. Ich hoffe ihr auch. Schauen wir mal, was uns alles erwartet. Also habt Spass! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, hallo zusammen, so, wunderschöner Art, oder? Zum Glück passiert es hier, denn unser Bus hat eine Panne. Die vordere, linke Luftfeder oder so ist komplett ausgefahren und jetzt kommt ein Ersatzbus. Wir müssen jetzt etwa 45 Minuten warten. Auch so Sachen gibt es halt immer wieder, aber alles gut, denn was für eine wunderschöne Aussicht. Also, bei mir heißt es jetzt 45 Minuten warten. Für euch geht es gleich weiter. Bye, bye. Bis zum Glück. Bis zum Glück. Bis zum Glück. Bis zum Glück. Wir sind nun am zweiten Stopp angekommen. Hier hinter uns sieht man einen wunderschönen Gletscher. Generell rundherum hat es Schneeteile, auch hier oben, Moment, hier hat es noch ein Gletscherteil, überall die Bäche und Flüsse. Also, das ist eine wunderschöne Region hier in Norwegen, wirklich richtig, richtig, richtig schön. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, euch gefällt es genauso. Bis zum Glück. Bis zum Glück. Bis zum Glück. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da habe ich jetzt leider nicht gross was gefilmt oder so, war so ein Film da drin, über der Gletscher in der Nähe, wunderschön, also wirklich echt richtig cool gemacht, war so eine runde Leinwand, 15k Auflösung, echt richtig cool, war richtig schön. Und ja, jetzt sind wir hier angekommen am Hotel Thun und essen hier was zum Mittag. Ich wünsche euch also weiterhin viel Spaß. Ich wünsche euch auch 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 weiterhin viel Spaß. Ja, hallo zusammen. So, wir sind nun bereits schon wieder auf dem Schiff. Das war wirklich wunderschön. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. War wirklich wieder ein wunderschöner Ausflug. Wir haben Gletscher gesehen, wir waren im Museum, wir haben gut gegessen, wir haben noch einen weiteren Fotostop gemacht. Es war echt wunderschön, war richtig toll. Man sieht sich, habt Spass. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.